Und sie fischen sogar am Schabbat. Kann man von einem Fang essen, ohne von den Sünden des Fängers befleckt zu werden? Macht euch nichts vor, es ist Sünde, einen solchen Fisch zu sich zu bringen. Den ganzen langen Tag hat er die Schriften studiert. Er sucht nach der Wahrheit. Er hat schon alle Möglichkeiten durchdiskutiert. Er sehnt sich nach Klarheit. Erst hat er gehört, was die Leute erzählen. Dann hat er ihn selber gesehen. Seitdem forscht er nach, weil die Fragen ihn quälen. Versucht diesen Mann zu verstehen. Die Nacht bricht an, doch in ihm drin wird es endlich hell. Er will es jetzt wagen. Im Schutz des Dunkels geht er plötzlich auffallend schnell. Er will ihn selbst fragen. Und dann steht er vor ihm, weiß nicht, was er sagt. Sucht Worte, versucht es vergeben. Doch Jesus versteht ihn, noch ehe er fragt. Beschenk ihn mit Worten des Lebens. Weil Gott die Welt so unendlich lebt, hat er seinen Sohn gegeben. Nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Der weise, alte Mann, begreift die Antwort erst nicht. Er will noch mehr wissen. Das kann doch gar nicht sein, dass alte Leute wie ich zum Kind werden müssen. Ich staune, sagt Jesus, dass du das nicht weißt. Dein Leben kann noch mal beginnen. Du wirst neu geboren durch Wasser und Geist und kannst wahres Leben gewinnen. Weil Gott die Welt so unendlich lebt, hat er seinen Sohn gegeben. Wer ihm vertraut, wird von Neuem gewohnt und kann Gott als Vater erleben. Weil Gott die Welt so unendlich lebt, hat er seinen Sohn gegeben. Wer ihm vertraut, wird von Neuem gewohnt und kann Gott als Vater erleben. Erinnerst du dich, als die Kinder Israels über Gott klagten und über Mose in der Wüste von Paran? Ja, sie wollten zurück nach Ägypten und verfluchten das Mann an, das Gott ihnen sandte. Und dann? Sie wurden von Schlangen gebissen und sie starben. Aber? Aber Gott zeigte ihnen einen Weg zur Rettung. Mose erhob die Bronze Schlange in der Wüste und die Leute brauchten sie nur anzusehen. Genau so wird der Menschensohn erhoben werden, so dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Untertitelung des ZDF, 2020